Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei BörseOnline. Mein Name ist Naren Kopacz und ich freue mich sehr, heute mit Florian Söllner, unserem Aktienexperten von Der Aktionär und dem Hotstock Report, zu reden. Hallo Florian, schön, dass du heute bei uns bist. Grüß dich, hallo, vielen Dank für die Einladung und fürs Interesse. Genau, Florian, du gehörst ja zu Der Aktionär, welches auch wie BörseOnline zur Börsenmedien AG gehört. Das einmal vorab. Lass uns direkt schnell rein starten mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen. 1.000% mit einer Aktie? Wir hatten gerade das Vorgespräch, das ist ein bisschen so ins Volle gehen, gleich aufs ganze Video, das Völkrupp-Tor, gleich die schwierigste Frage, 1.000%. Wünschen wir uns alle, das ist der Antrieb, seit Peter Lynch, glaube ich, sind wir alle auf der Jagd. Ich glaube, man kann es nicht planen, man kann die Wahrscheinlichkeiten aber deutlich erhöhen und wenn man ins Spiel bleibt, oft als Tor schießt, am Trippeln trainiert, dann gelingt das durchaus auch mal im Laufe einer Börsenlaufbahn, sage ich mal. Kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, mit welchen Aktien die da schon gelungen ist und was da neue, aussichtsreiche Kandidaten sein können. Machen wir weiter und zwar, Bitcoin ist jetzt. Also Bitcoin ist natürlich wirklich etabliert und eine absolut faszinierende Idee, also die globale Währung sozusagen direkt zwischen den Usern und im digitalen Zeitalter, ich denke, zu Recht beliebt bei der Jugend und auch deswegen, weil einfach das Gelddrucken, die Geldmenge hat sich ja seit der Jahrtausendwende teils vervierfacht in den USA, hat seine Berechtigung. Ich habe ja privat auch Bitcoin als Hinweis. Und Outperformer finde ich, indem ich? Also indem er natürlich Interesse hat, viel arbeitet, aber auch ein bisschen, ein Stück weit sich, also für sich mit arbeiten lässt, sprich, da kommt man glaube ich auch mal dazu, mit unserer Turnaround-Formel Aktionär TFA, die hilft natürlich auch mittlerweile schon sehr gut. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Florian, ich habe dich eingeladen oder wir hatten beide auch so ein bisschen die Idee, dass es mal an einer Zeit sein könnte, weil ich denke, du siehst es auch so wie ich, viele Tech-Aktien oder gerade auch diese Hot-Stocks, um die es auch viel bei dir geht, die sind jetzt nochmal richtig heiß gelaufen, wie der Name schon sagt. Aber da ist halt die Frage, die ich mir stelle, jetzt noch aufspringen oder schrillen da jetzt auch schon erste Alarmglocken, weil eben die NVIDIAs, die Palantiers etc. jetzt dann doch so stark gestiegen sind? Also zugegebenermaßen bin ich selber natürlich überrascht, wie stark zum Beispiel unsere NVIDIA gestiegen ist. Wir haben ja auch immer mal wieder Gewinne mitgenommen. Wir haben sie aber noch drin und zum Beispiel NVIDIA ist es einfach sehr intakt, also technisch, charttechnisch, aber auch operativ mit allen Experten oder Startup-Gründern aus der KI-Branche, mit denen ich spreche, die sagen mir, Chip-Preise sind hoch, der Trend geht weiter, aber grundsätzlich nach all den Jahren ja trotzdem in bestimmten Sektoren steigender Kurse muss man schon aufpassen und tatsächlich, wir haben ja auch einen Gesamtmarktindikator über die Touranformel, gibt es schon eins in den Märkten, also im Dachraum, auch schon tatsächlich Warnsignale, aber es gibt immer noch eben diese Aktien, die noch nicht so gehypt sind und nicht so im Gespräch sind, noch ziemlich unten liegen und das ist immer das, was wir jede Woche versuchen zu entdecken. Um natürlich dann die Chancen zu erhöhen und das Risiko ein bisschen zu reduzieren, weil klar ist, je mehr eine Aktie gehypt ist, desto mehr Rückschlagspotenzial ist natürlich grundsätzlich auch mal vorhanden. Wie anfangs angesprochen, du betreust ja den Hotstock-Report bei der Aktionär, wir packen auch den Link mal unten in die Videobeschreibung und du hast es gerade angesprochen, es gibt noch Aktien, die ihr da aktuell spannend findet, die noch unten liegen. Welche sind das? Kannst du da welche nennen? Ja, natürlich gibt es immer noch Aktien, die relativ günstig sind. Ein Beispiel ist die Jok, die ja eigentlich schon deutlich auch gestiegen ist seit den ersten TFA-Signalen, aber immer noch ein KGV hat von 14, weil man eben operativ sich so stark entwickelt. Wir haben auch weitere Titel jetzt gekauft, die dank Envida-Chips, die sie einkaufen, jetzt die KI ausrollen. Und was wir übrigens auch gemacht haben, ich glaube, wir kommen gleich mal dazu, wir haben tatsächlich auch eine Palantir nochmal nachgekauft. Die ist auf KGV-Basis schon teuer, aber noch gar nicht so gehypt wie andere KI-Titel. Es gibt tatsächlich immer wieder Aktien, die noch in gewisser Weise nicht so gehypt sind, die man durchaus noch kaufen kann, aus meiner Sicht. Ja, da lass uns gerne über die Palantir schon mal sprechen. Die habe ich übrigens als Hinweis im Portfolio, die habe ich eingekauft, nachdem diese hochgeschossen war und dann diese Korrektur einsetzte. Da habe ich in der Korrektur aufgestockt und jetzt hat es ja eigentlich so eine schöne Bodenbildung gemacht. Die Palantir war zuletzt etwas zurückgeblieben. Wir haben es angesprochen, Envida ist ja praktisch jeden Tag 1, 2, 3 Prozent gestiegen. Warum war Palantir zurückgeblieben? Aber warum gibt es da jetzt deiner Meinung nach gute Schommelsen? Also Palantir-CEO ist jetzt so ein typisch amerikanischer CEO. Auch der hat ja schon sehr große Worte gewählt von wegen der Vervielfachung. Das Interesse ist zumindest, da war ein bisschen mehr erwartet worden, als tatsächlich erst mal an Umsatzwachstum gezeigt wurde. Daher ging es nicht so schnell nach oben. Klar ist man auch teuer bewertet. Aber ich glaube, es gibt viele Gründe, wieso es jetzt Schwung aufnimmt. Wir hatten ja auch schon mal einen Topmanager aus dem Dachrahmen Löffler gesprochen, letztes Jahr für einen Report, der schon gesagt hatte, in Amerika öffnen sich die Firmen massiv für die künstliche Intelligenz. In Europa ist man skeptisch, zum Beispiel auch zur Terra-Abwehr, wo die Palantir jetzt bei uns gar nicht länderübergreifend eingesetzt. Das ist ein Beispiel, was aber, glaube ich, eines Tages noch kommen kann, auch bei uns. Also auch hier sind die Chancen. Wir haben jetzt übrigens auch nach starken Zahlen, im Februar war es dann trotzdem noch gekauft. Also eine starke Firma in einem starken Bereich, wo das Startsignal kommt, kann man auch mal 10, 15, 20 Prozent später einsteigen. Wir sind jetzt 25 vorne und haben tatsächlich noch mal nachgekauft. Die jüngsten Kundenpresentationen waren sehr gut, wo viele Dutzende Kunden, 70 in einer Zahl, ganz klar benennen, dass die KI ankommt und dass sie eben schon Effizienzgewinne bringt. Und man eben, ich habe jetzt auch mal einen Internetunternehmer, Investor gesprochen, der hat zum Beispiel gesagt, dass dank der künstlichen Intelligenz mit der Hälfte der Mitarbeiter bis zu doppelt so viel produziert wird, gerade im Content-Bereich. Das ist mal ein Beispiel, wie viel die Künstliche Intelligenz bewegen kann im positiven Sinne. Und hier ist Palantir natürlich ganz vorne dabei. Klassischerweise ja aus dem Defense-Bereich, aber mittlerweile die Neuaufträge 50 Prozent im zivilen Bereich. Zuletzt in den letzten Wochen hat die Rallye ja vor allem halt natürlich das Thema KI getrieben, aber auch die Chip-Werte. Und man muss sagen, bis jetzt vor rund anderthalb Wochen waren auch die Magnificent Seven etwas mehr unter die Räder gekommen oder zumindest nicht mehr gestiegen. Aber jetzt gab es vor allem bei Apple das fulminante Comeback. Vielleicht ein paar Worte zu Apple, dann vielleicht auch noch zu Microsoft, die ja jetzt auch ganz leicht sich wieder erheben wären. Das Werte für dich, ich nehme an, für den Hotstock-Report eher nicht, aber für dich, wo du sagst, spannend. Also Hotstock, den fassen wir recht breit, den Begriff. Also wir haben durchaus ja zum Beispiel eine Elfer bei dem Depot. Also wenn wir sehen, da ist eine Technologie, künstliche Intelligenz in dem Fall, dann kann man die tatsächlich auch schon mal draufsetzen, wenn hier auch Dynamik im Chat ist. Und Microsoft ist so eine Aktie, die habe ich jetzt durchaus auch immer sehr wohlwollend besprochen, auch im Aktionär-TV. Apple ist jetzt nicht meine Aktie, sage ich mal, ist mir einfach derzeit zu teuer. Die gab es ja, ich erinnere mich, ich bin ja schon ein paar Jährchen in der Börse für KGV 10 mit mehr Wachstum. Jetzt haben wir weniger Wachstum, mehr Konkurrenz. Da setze ich hier auf eine Xiaomi derzeit, den Rivalen aus China, der das Elektroauto auch bringt. Aber man muss auch mal sagen, dass natürlich technisch Apple sehr stark aussieht. Und man sollte in so einem starken Aufwärtstrend natürlich auch nicht zu nervös werden. Also sprich, ich würde dann auch raten, die Gewinne laufen lassen bei so einer starken Aktie. Und was ich auch im Laufe der Jahre gelernt habe oder auch lernen musste, wie wichtig eine starke Marke ist. Und da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass die Apple-Marke unfassbar stark ist. Die Technologie vielleicht nicht im Niedelbereich. Aber man kann sich ja Technologie kaufen, das Apple-Logo draufkleben und den Preis verdoppeln. Wie einfach gesagt, das ist natürlich die Chance von so einer globalen Marke wie Apple. Da eine Frage zu der chinesischen Aktie. Und ich kann sie mal kaum aussprechen. Xiaomi, die hattest du auch letztens in deinem Video besprochen. Vielleicht ein paar Worte zu diesem Wert. Und chinesische Aktien werden ja oft auch etwas kritisch betrachtet. Genau. China wird tatsächlich kritisch betrachtet. Da gibt es ja auch Probleme. Xiaomi verfolge ich schon sehr lange. Ich habe zum Beispiel auch eine Xiaomi-Watch hier dran heute wieder. Und das ist ein Wasserkocher von Xiaomi. Faszinierend ist eben immer, dass man Top-Produkte bringt. Man ist ja die China-Apple und Preis-Leistungssieger ist. Und natürlich hat man jetzt das Auto in den Markt gebracht. In drei Jahren, was Apple eben nicht geschafft hat. Und das hat mich dann doch so fasziniert, dass wir tatsächlich angereist sind nach Hongkong, Shongfu und es auch gefahren haben und uns reingesetzt haben, mitgefahren sind. Im Real-Man-Modus im Übrigen, das nennt man es in China. Und schon faszinierend auch das junge Management-Team und der Gründer ist ja trotzdem eine 40 Milliarden Firma. Der hat uns jetzt sogar, nachdem wir den Bericht gepostet haben bei Twitter gestern, auch geantwortet. Also das zeigt, der Wille auch in den Westen. Man hat jetzt schon 20.000 ausgeliefert. Und man will ja auch Richtung 10 Millionen gehen. Also weil die Ursprungsidee und selbst wenn es nur 5 Millionen werden, würde man ja deutlich in Richtung Tesla oder eben darüber hinaus kommen. Tesla ist 10-mal so hoch bewertet, muss man wissen. Und Xiaomi ist jetzt schon mit seinem Smartphone und Verabys-Geschäft eigentlich fair bewertet plus Elektro-Auto-Fantasie. Und das Auto, kann ich sagen, ist wirklich toll und faszinierend. Und vor allem die chinesische Jugend, die sagt mir, der Lei Zhong, der sei eben so populär, wir wissen das ja nicht, wir kriegen das ja nicht mit bei uns, wie Elon Musk bei uns sozusagen. Das ist ein Popstar. Und da gehe ich davon aus, dass der Image-Transfer, dass er da jetzt dieses gefeierte Auto vorgestellt hat, dass übrigens alle Chinesen, die wir gesprochen haben, also wir konnten nicht alle sprechen, sozusagen, weil wir mich da toll finden. Ich glaube, da ist noch genügend Aufmerksamkeit. Da ist ja auch die größte Depot-2030-Position Xiaomi. Wir haben jetzt mal ein paar Gewinne mitgenommen. Aber ich denke, da sind noch Chancen vorhanden. Ich glaube, der Konkurrenzkampf im Bereich Elektro-Auto wird enorm werden. Aber stärke Player, die eben im Kerngeschäft Geld verdienen wie Xiaomi, haben ja gute Chancen. Eine ebenfalls auch gut gelaufene, aber auch unbekannte Aktie ist die El Pollo Loco, die ihr auch habt. Ist es da deiner Meinung nach vielleicht ein paar Worte zu der Aktie und dann deiner Meinung nach besser, auf solche unbekannten Werte zu setzen? Oder du sagtest es eben auf eine Marke, also auf ein Unternehmen, was schon eine gute Marke geschaffen hat? Ja, idealerweise, gut, es war ja übrigens auch Apple mal ein super Turnaround. Man hatte ja eine tolle Marke, schlechtes Management und dann gab es den Katalysator, den Trigger operativ und dann eben auch technisch ein großes Turnaround-Signal, würde ich es jetzt mal nennen. Also vielleicht, idealerweise kommt beides zusammen. Und die von dir angesprochene mexikanisch-stämmige Fast-Fuck-Kette in den USA, die hat ja auch einen guten Namen tatsächlich in den USA und hat auch ein neues Management. Setzt jetzt mehr auf KI und setzt viel auf Influencer, wie die Marke bewerben. Da gab es sogar so einen kleinen Vorfall, sage ich mal, dass hier 100.000 Dollar angeboten wurden. Ein Verkäufer, der gesagt hat, nee, er bleibt lieber und verkauft. Also hier stimmt einiges und eben auch charttechnisch. Das war eine Turnaround-Formel-Aktie. Hier ist die Aktie angesprungen und so haben wir sie entdeckt. Unser Chart-Roboter hat hier für uns tausende Aktien gescannt, nach dem meiner Meinung idealen Chart für einen schönen Turnaround. Insofern ist das eine dieser Aktien, die wir verfolgen. Zu der von dir angesprochenen Turnaround-Formel kommen wir gleich auch noch. Ich möchte nur noch einmal kurz bei den Einzelwerten bleiben, weil die Frage stelle ich mir vor allem immer und ich denke, die beschäftigt auch viele Zuschauer. Wann ist denn mal ein guter Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen? Also wie machst du das? Wie macht ihr das? Wann nehmt ihr Gewinne mit? Und wie viel von der Position? Also grundsätzlich, das musste ich auch lernen, aber es ist so klar, man hat immer so ein bisschen den Instinkt nach 50 Prozent, die Gewinne auch mal abzusichern. Ich glaube, man darf keine Angst haben, dass man vielleicht wieder in den Verlust läuft. Also sprich, man muss die Gewinne laufen lassen, weil Trends gehen meistens immer viel höher, als man denkt. Und wenn was funktioniert, wenn eine Firma einen Lauf hat, dann ist das sozusagen die magische Anziehungskraft für Top-Talente, für Kunden, auch für Aktionäre. Dann wird Kapital zur Verfügung gestellt. Also sprich, das feuert dann sich gegenseitig an. Also sprich, wenn ein Trend gut ist, dann bitte laufen lassen. Am Media ist ja auch so ein Beispiel. Das ist ja kein Zufall. Da steckt so ein besessener Chef dahinter, der Tag und Nacht arbeitet. Also sprich, Gewinne laufen lassen grundsätzlich immer. Ich muss aber auch dazu sagen, die Depot-Positionen. Wir haben jetzt zum Beispiel Nvidia im Depot 2030 seit Ende 2020 aktiv drin. Mal wieder, wir hatten sie zuvor auch schon, das sind jetzt 670 Prozent. Und natürlich haben wir zwischenzeitlich immer mal wieder ein Drittel der Gewinne zum Beispiel mitgenommen. Man soll sich immer wohlfühlen. Man soll nachts ruhig schlafen können. Weil jede Aktie, die steigt, kann auch mal locker 10, 20 Prozent korrigieren. Also sprich, grundsätzlich lasse ich die Gewinne immer gerne laufen, aber dann eben in einer gemanagten, reduzierten Position. Es gibt dann Ausstiegssignale, auch über die Touranformel definiert. Aber Gewinne laufen lassen. Ein Trend, ein guter Trend, siehe Nvidia, ist meist viel stärker, als die meisten sich es vorstellen können. Ja, sehr spannend. Und das geht ja auch so ein bisschen entgegen der Meinung vieler Experten, die halt sagen, dann auch mal schnell den Tisch abräumen, sozusagen Gewinne sichern. Aber auch da kommt sicherlich darauf an, was ist der Anlagehorizont? Wie viel Risiko möchte man gehen? Genau, das ist eben der Anlagehorizont. Wir gehen ja gerne in die Langfristigkeit und da gibt es Studien oder mal ein Buffett ist ein Verfechter davon, je kurzfristiger du handelst, desto mehr Gebühren hast du, aber desto weniger Chancen hast du, Outperformance zu erzielen. Also es ist nicht unser Produkt, unsere Aufgabe, Tag und Nacht hin und her zu traden. Die Chancen steigen, wenn man sich lieber Gedanken macht über gute Firmen und die dann auch, wenn es gut läuft, langfristig verfolgt und die Gewinne laufen lässt. Wir hatten auch anfangs einmal schon mal Bitcoin angesprochen. Setzt ihr auch auf Bitcoin oder andere Kryptowährungen und wie siehst du da die Lage jetzt nochmal? Genau, hier halten wir es sozusagen simpel, aber aus meiner Sicht auch sinnvoll zu sagen, ich habe mir eine Zeit lang, mal bin ich quasi alle, zumindest Top 20, 30 Währungen und Projekte angeguckt. Aber wir setzen auf den Marktführer und eben auf die Idee des Inflationsschutzes, ich sage immer gerne Inflationsprämie wie eine Autoversicherungsprämie. Die zahlen eine Autoversicherung und wenn das Auto nicht crasht, ist es vielleicht weg, aber wenn der Crash käme und hier ist die Analogie, wenn der Währungscrash kommt, wenn tatsächlich die Hyperinflation vielleicht mal einsetzt, die ist ja immer noch nicht wirklich ganz gebannt, dann ist es sehr schön, den Bitcoin weiterhin zu haben. Also sprich, wir haben im Depot 2030 eine Bitcoin-Position seit 2015, im Jahreswechsel 2016, haben wir da hingewiesen schon im Report auf die nächste Welle, die startet. Das lag ja auch unten, tot. Ich habe mit Freunden, Bekannten gesprochen, die haben gesagt, Bitcoin ist tot. Aber genau aus so einer Contrarian-Anlage, wenn keiner ihn schon hat, ist er sehr günstig. Dann natürlich muss man warten, dass auch das Lebenszeilen kommt, ein Turnaround-Signal würde ich es heute nennen. Und dann entstehen manchmal natürlich solche schönen Aufwärtsbewegungen wie ein Bitcoin. Und eben meine Meinung wäre dann schon auf die Marke setzen, auf die Top-Marke. Das ist sozusagen die Apple, wenn man so will, der Kryptowährungen und jetzt ja auch etabliert über die ETFs. Da wird Bitcoin wahrscheinlich keiner mehr einholen, zumindest im Bereich digitales Gold, was es ja für viele, gerade die Jugendlichen ist. Das Risiko ist hoch, ist schon oft 50, 60, 70 Prozent gefallen, das muss jeder wissen. Insofern haben wir auch eine relativ geringe oder eine übersichtliche Position prozentual im Depot. Wenn man das Thema Hotstock hört, da denke ich dann immer, oh, das ist brandheiß, kann natürlich super steigen, ist aber auch brandgefährlich. Wenn ich dir jetzt aber zuhöre oder auch eure Aktien angucke, dann finde ich, Hotstock hat eher was wie eine GameStop, die ja sicherlich nicht gemeint ist, sondern ihr setzt ja eher auf, ich hätte es jetzt mal irgendwie frei formuliert, Value-Growth-Aktien, also Growth-Aktien, die aber schon einen harten Value-Kern mitbringen. Also wie grenzt ihr das sozusagen zu einer GameStop ab, die ich jetzt sozusagen einfach so als Hotstock bezeichnen würde? Das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, der Spaß hört bei mir auf, wenn es einfach fundamental, selbst mit großer Fantasie nicht mehr nachvollziehbar ist. Also bei Tesla kann man es ja vielleicht mit großer Fantasie, was Hollywood gerade versucht, nachvollziehen, dass die Bewertung vielleicht Sinn macht langfristig, aber bei GameStop eben nicht und da hört es dann auch. Also solche Zockereien machen wir natürlich nicht. Aber eine gute Frage von dir, wir haben tatsächlich mehrere Komponenten, würde ich es mal nennen. In einem Wort wie Hotstock kann man es schlecht erklären, sprich wir haben, um es mal schnell zu machen, im Depot 2030 viele Technologietitel, sind größere, Nvidia sind hier jetzt die größte geworden. Und wir haben dann das TFA-Depot, wo auch viele Nebenwerte sind, die aber nicht zwangsläufig technologisch sind, aber eher kleiner, vielleicht Small Caps. Und wir haben dann auch richtige Hotstocks wie Quanten-Hotstocks, richtige Startups oder Patek. Die haben wir dann teils, aber auch auf der Empfehlungsliste extra, weil die zum Markteng zum Handeln sind, weil im Depot 2030 die ja die Leser dann auch möglichst zu gleichen Kursen kaufen wollen. Insofern machen wir vieles und beides, aber heiß im Sinne von spannend sind dann hoffentlich, denke ich, alle Titel, die wir versuchen zu investieren. Natürlich klappt nie alles, aber wenn man sich an gewisse Regeln hält, erhöht man die Wahrscheinlichkeit der Outperformance eben. Du hast es eben schon, Florian, ein paar Mal angesprochen, die sogenannte TFA-Formel. Führ uns da doch vielleicht mal ein für Anleger, die diese Formel noch nicht kennen. Wie funktioniert das und was ist das Besondere daran? Genau, danke für die Frage. Ich erzähle da immer gerne drüber. Das ist so ein kleines Lieblingsprojekt natürlich von mir. Gleich als ich noch ein paar Tage jünger war, dann habe ich schon mal abends oder mal eine halbe Nacht an Kurs und habe mir einfach hunderte Kurse durchgeguckt. Da würde ich jetzt wahrscheinlich mittlerweile einschauen. Ich habe mir immer gedacht, es wäre doch cool, wenn man dann eine Hilfe hätte, eine Automatisierung, die eben genau nach diesen Charts, nach diesen Formationen sucht, wo ich den Eindruck habe, das ist die größte Chance eben auf eine Kursvervielfachung. Und dann haben wir damals eben mit damaligen technischen Redakteuren und vom Aktionärteam das umgesetzt, eben im vereinfacht gesagt den Lieblingschart, weil ich würde dann, wenn der Start egal kommt, möglichst weit unten einsteigen. Es sind oft schon 20 Prozent angesprungen, aber eine langen Zeitwärtsbewegung und das ist das, nachdem wir suchen, eine Aktie, die ausgebombt ist, wo quasi der letzte Optimist aufgegeben hat, die vielleicht Monate und Jahre lang seitwärts geht, idealerweise. Da steigen die Chancen nach einem Ausbruch, dass ja viele noch nicht investiert sind und die Arbeitsbewegung entsprechend positiv sein kann. Insofern haben wir das umgesetzt. Dann werden eben über diese Chatscreener, kann man es nennen, in Anführungsstrichen, Chatroboter, der sucht uns dann, durchsucht uns tausende Aktien im Dachraum und im US-Raum. Und dann machen wir noch den Fundamental-Check. Wir gucken dann natürlich noch, macht es Sinn, kann es Sinn machen. Oft sind die Aktien sehr langweilig und man glaubt es gar nicht, wie bis drei, vier Jahre erkannt. Das war ein Energieversorger. Ich dachte mir, wie ist ein Energieversorger? Der hat sich verdreifacht, eben, was wir mittlerweile wissen oder auch viele darüber schreiben, weil wegen der künstlichen Intelligenz in den USA natürlich davon ausgegangen wird, dass die Datenzentren zu einer Vervielfachung des Strombedrehts führen. Also sprich, oft steigen Insider ein, die wissen das natürlich schon gerade, aber erzählen noch nicht so viel drüber, aber man zieht es in einem Volumen im Chart und das ist das, wo wir dann aktiv werden, beziehungsweise die Formel, das für uns sucht. Ja, sehr interessant. Mir persönlich gefällt auch immer diese Kombination aus einem schönen Trend im Chart oder nach einer Bodenbildung, aber auch der fundamentalen Komponente, also beides zusammen, weil man sieht ja auch oft viele Aktien, die haben super KGVs, stellen wir auch gerne auch hier auf dem Kanal vor, aber ich sage dann auch, nur eine günstige Bewertung heißt noch nicht viel, der Trend einer Aktie muss auch stimmen und das höre ich bei dir jetzt auch so grob gesagt raus. Absolut, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich gibt es oft Aktien mit KGV 5, 6, 7, aber wenn der Chart nicht passt, wenn da große Volumen an Verkäufen eingestellt werden, dann wissen da viele mehr und Analysten sind wirklich oft sehr langsam, muss man mal sagen. Entweder sie sind langsam, es gibt ja sehr gute Analysten, aber die Mehrheit dann schreibt dann vielleicht auch mal ab, viele sind dann trotzdem auch indirekt oder direkt bezahlt, also sprich, die verraten es dann oft dem Privatanleger da draußen sehr spät, wenn das KGV von 5 nicht mehr stimmt, weil die Firma ein Problem hat, dann sieht man es im Chart eben schon, also nicht auf so ein KGV verlassen, wenn der Chart und der Volumen in die falsche Richtung geht, wäre auch mein Tipp immer sehr frühzeitig, verlustige Grenzen und dann lieber mal, wie beim Fußball, wir haben ja gerade die Fußball-WM, mich hat jetzt gerade jemand gefragt, wieso habt ihr die Aktie ausgewechselt aus dem TFA-Depot, da haben wir eine rausgenommen, das ist wie beim Fußball, wenn einer im Team nicht läuft, andere sind schneller, lasse ich die, die gut funktionieren am Spielfeld und die gerade nicht laufen, komme raus, können sich ja holen, vielleicht sich wieder neu justieren und komme vielleicht dann eines Tages zurück an der Bodenbildung zum Beispiel. Was mich beim Thema interessiert und was mir gerade kommt, Thema Aktienanalyse, aber auch KI, kannst du dir vorstellen, dass ihr auch bald oder grundsätzlich am Markt bald auch viel mehr die KI noch eingesetzt wird, um ja auch vielleicht Aktienkurse, Börsenkurse, irgendwelche Schwankungen vorherzusagen, wie weit ist da der Stand der Technik? Also diesen Traum gibt es ja schon länger, da hatte ich schon vor ein paar Jahren mal zum Beispiel mit Zerp Hochreiter gesprochen oder Schmidt Huber, jetzt wieder im jüngsten Gespräch mit Professor Hochreiter gesprochen, der sagt eben, wo die KI Sinn macht und das macht tatsächlich Sinn, dass die KI eben nicht nur nach Kursen sucht, sondern auch nach News sucht und weltweit sozusagen Zeitungen und News liest und den Menschen dann hilft. Die Informationsverarbeitung ist ja einfach viel schneller, man erkennt da Musterzusammenhänge von Lieferanten zu Firmen sehr viel schneller. Aber grundsätzlich ist ja das Spannende in der Börse, man müsste ja das Leben an sich durchschauen, beziehungsweise gibt es so viele Ebenen, man kann vielleicht die Gewinnentwicklung der Firma voraussehen, dann muss man schon sehr gut sein, wenn ich weiß, was Tesla in drei Jahren verdient, das weiß eigentlich keiner. Da müsste ich aber auch noch wissen, was macht die Gesamtwirtschaft, was machen die Kriege und die Auseinandersetzungen und dann, wenn ich selbst, wenn ich das weiß, weiß ich noch nicht, wie jeder einzelne Marktteilnehmer handelt und selbst, wenn ich dann irgendwann mal weiß, ihr handelt jeder einzelne Mensch, Investor und Format schon morgen, dann kommt jetzt ja hinzu, dass jetzt immer mehr auch Roboter sozusagen mithandeln, also sprich, dann kämpfen ja die Roboter nicht nur gegen die Menschen, sondern auch müssten wissen, wie die Roboter morgen handeln. Also ich halte es für unmöglich, dass es das nachhaltig gibt, aber natürlich gibt es Muster, die funktionieren, es gibt Regeln, die funktionieren, man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber es wird nie eine KI geben mit dem größten Computer dabei, der mir morgen sagt, wo der Kurs steht. Also da müssen wir noch etwas warten oder das wird nie passieren, bis die KI, dass wir einfach mal fragen, okay, wie weit läuft die Apple-Aktie jetzt noch und wann muss ich verkaufen, aber das wäre vielleicht auch langweilig für uns Aktionäre und an der Börse, oder? Also wir wollen ja auch ein bisschen, brauchen wir ja den Thrill. Wenn jetzt jeder alles weiß, dann wird es ja auch nicht funktionieren. Beziehungsweise ist ja auch das Thema der Anizipation, sprich, wenn mal was funktioniert, eine Regel, gab es ja früher mal, weil man wusste, wenn die Aktie über 100 steigt, dann steigt sie weiter, weil der Ausbruch ist, aber dann wird es ja antizipiert von Menschen, dann wollen die nicht erst bei 100 einsteigen, schauen sie uns vor und dann kommt direkt die Kursmarke und dann passiert das Gegenteil. Es passiert ohnehin oft das Gegenteil der Börse, weil die Einkaufsbörsenregeln funktionieren logischerweise nie. Je mehr Leute dann auf eine KI setzen, die gut ist, insofern zerstört es sich dann dadurch schon oft selbst. Also es wird ein ewiges Spiel bleiben, ein Wettrennen und das ist ja das Spannende. Dann kommen wir nochmal zurück sozusagen zu dem Thema, eine 1000% Aktie finden, 10-Bagger. Das ist ja immer so ein bisschen die Faszination, da möchte man hin. Meine Frage jetzt an dich, wie viele 10-Bagger hattest du denn schon oder habt ihr schon gefunden? Gute Frage, es sind wirklich nicht mega viele. Ich habe es ja auch nicht nachgezählt, aber tatsächlich damals bei meinem ersten Börsenbrief bei der Börsenmedien, das war irgendwie, weiß ich, wie es mir das so kam, aber das war die erste Aktie damals, MyHammer, die hat sich tatsächlich ziemlich schnell in ein paar Wochen verzehnfacht und wurde dann auch übernommen. Also das war jetzt nicht so, das war tatsächlich irgendwo wertheitig. Dann gab es einen großen Katalysator, das war dann aber natürlich die große Ausnahme. Das passiert nicht oft. Wir haben jetzt auf der Empfehlungsliste im Prinzip mit Nvidia, Handface glaube ich noch und vor allem Bitcoin und auch die Bitcoin Group verzehnfacher. Aber wir haben natürlich hunderte Titel auch empfohlen, die sie nicht verzehnfacht haben. Also das ist so ein Nebeneffekt, der irgendwann eintritt und man weiß nie, welchen dieser Aktien läuft dann am Ende so gut. Aber natürlich kann man nur ein verzehnfacher Kommengrund wegen Nummer 1 Gewinne laufen lassen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und was halt sehr hilft, ist Selbstdenken, nicht zu lange warten, bis jeder Analyst sich einig ist und es nach außen trägt, sondern wirklich schon mal gucken auf Aktien eben, das hat er mit der Lynch schon vorgelebt, auch so ein reise Dole von uns, die wir nach Tempecker suchen, der hat ein Buch darüber geschrieben, eben nach Aktien, wo sich die Menschen umdrehen und sie langweilig finden, die keiner hat, die alle abgeschrieben hatten, auf solche Titel zu setzen. Nvidia war ja übrigens auch mal der, das war ja im Gingst, erst einmal ist das wieder aufgepoppt. Und der Linux-Gründer hat 2012 mal gesagt, Nvidia ist die schlimmste Firma, fuck you, Nvidia, Nvidia lag ja auch komplett unten. Und im Nachhinein gesehen war das natürlich genau eine Situation, dann die Firma zu beobachten, dann aber auch zu warten, bis der Trigger, der Kartenisator zum Besseren kommt. Und das sind dann schon oft Chancen, die sich ergeben. Aber klar, das muss dann alles passen. Und am Ende ist im Management sehr, sehr wichtig, viel wichtiger als im KGV im ersten Moment. Menschen machen dann das operative Geschäft und gute, leidenschaftliche Manager-Motivierte sind dann oft auch ein Grund für solche tollen Entwicklungen von Aktien. Wie gehst du da mit dem Risikomanagement um und ab welchem Verlust? Weil es kann ja auch mal sein, dass dann ein Trade nicht so aufgeht, wie du dir das vorstellst. Ab wann ziehst du die Handbremse und sagst, okay, nee, das war es jetzt nicht? Oder lässt du dann sozusagen den Totalverlust dann auch zu? Als Totalverlust, das sind wirklich die Ausnahme. Und das ist wiederum was, was ich nicht lernen musste. Das habe ich sozusagen im Blut. Ich habe keine Lust zuzugucken, wie Kapital spinnt. Also wenn Aktien in die falsche Richtung laufen, klar, die laufen immer mal ein paar Tage in der gesunden Konzentrierung. Aber wenn es doch mit schnellen Schritten bei hohen Volumen vielleicht in die falsche Richtung geht, dann bin ich immer sehr schnell zu sagen, okay, dann raus auf die Auswechselbahn, wir verkaufen. Also sagen wir mal 10-15 Prozent, sollte man schon mal nachdenken. Wir haben zwar breit diversifiziert, auch insofern eine Chart-Ratio, die okay ist. Sprich, wir haben natürlich viele auch spekulativere Titel. Wir haben dann teils 20-25 Titel. Da wäre es gar nicht so dramatisch, wenn man 50 Prozent verliert. Aber da habe ich keine Lust zu, bei 15-20 Prozent, wenn der Titel nicht extrem gering gewichtet ist, also das Start-Up Investment ist, ziehe ich dann in der Eisleine und sage dann lieber mal, okay, wenn es sich besser, das Chart-Bild, das operative Bild, kommt sie frisch zurück. Aber da bin ich schon sehr schnell und das macht da für dich Sinn. Und es macht auch mehr Spaß, Aktien zu haben und ein gutes Team zu haben und ein gutes Depot zu haben, was in die richtige Richtung sich entwickelt. Ich habe auch in deinem letzten Video gesehen, bei der Aktion.net.tv, da hast du auch einige deutsche Nebenwerte besprochen, die sehr spannend sind. Welche 1, 2, 3 deutschen Aktien gefallen dir im Moment gut? Und hat da irgendjemand das Potenzial davon, aktuell ein Ten-Bagger zu werden? Ich bin da immer sehr vorsichtig mit Kursziehen. Ich glaube, mir wurde ja auch noch nie eins zum Bitcoin entlockt, wusste ich. Aber wir haben zum Beispiel mit dem Jock gesprochen, mit dem Herrn Graus, dem Gründer. Das ist auch eine tolle Geschichte, den kenne ich seit 25 Jahren. Also was heißt kennen, ich spreche ihn regelmäßig, damals in Berlin auch schon mal besucht. Und der hat sich eben, der auch aus einer Krise heraus, aus einer Krise-Situation über Jock, ein Spezialist für spezielle Werbebanner, eine eigene Plattform digitale aufgebaut. Das ist schon mal sehr positiv. Und natürlich setzt er auch die KI ein. Und du hast hier 20 bis 30 Prozent bessere Zugriffe auf Video-Werbung, wenn die KI entscheidet, wo wird die Werbung von Kunden wie Samsung platziert auf unseren Handys. Und das macht schon einen sehr guten Eindruck. Der hat jetzt schon zugelegt, seit dem ersten TFA-Signal gab es 240 Prozent, 22. Aber die Story ist im Takt und das KGV ist im Takt. Und das ist eine der wenigen, sage ich mal, Technologiefirmen auch in Deutschland. Gibt es ja nicht mehr so viele, wo ich sage, hier passt einfach alles. Wir haben jetzt auch noch eine neue ins Depot 32 gekauft. Die verrate ich dir beim nächsten Mal. Ist auch so eine untenliegende. Es gibt schon viele tolle Firmen. Ein weiteres Beispiel, Altschem, ist ja eine sehr langweilige Chemieaktie in Deutschland sozusagen. Aber wir haben ein, zwei Mal mit dem Management gesprochen. Die machen Kreatin zum Beispiel. Unter anderem machen wir aber auch Stoffe für Defense. Aber Kreatin nehmen immer mehr Menschen, die man im Fitnessstudio trifft. Man kann tatsächlich dann, probiere ich es gerne mal aus, ein, zwei Liegestützen mehr machen mit Kreatin. Aber Kreatin wird jetzt ausgerollt, was Altschem eben herstellt, auch in den USA. Und insbesondere auch zur Nahrungsmittelergänzung für vegane Ernährung, was ja auch boomt. Und wir haben trotz 100 Prozent in einem Jahr nach TFA-Signal im TFA-Report immer noch ein KGV von rund 10. Also das sind Titel, die jetzt keine 1000 Prozent machen. Dafür ist es dann doch zu sehr Value. Aber die immer noch sehr spannend sind. Insofern gibt es da immer noch gute Investitionsmöglichkeiten. Auch wenn tatsächlich für den deutschen Markt wir auch ein, zwei Warnsignale haben vom Gesamtmarktindikator. Also wir haben tatsächlich auch mal ein bisschen mehr in China oder in Amerika investiert als in Deutschland gerade. Kannst du noch vielleicht zwei Aktien nennen, die du jetzt abseits von Deutschland jetzt gerade spannend findest, die Anleger sich mal anschauen könnten? Gut, wir hatten ja Xiaomi schon im Gespräch und dann natürlich PDT Group. Die Timo-Mutter haben wir im Depot 2030 natürlich schon größer. Aber man sieht, dass wirklich, man Marktanteile massiv gewinnen, gewinnen mehr als verdoppelt jüngst. Und ich weiß nicht, ob du Timo schon mal ausprobiert hast. Ich habe es ausprobiert, weil ich um die Aktie geschrieben habe und ich bin jetzt wirklich nicht so der Power-Shopper von unnötigen Sachen. Weniger ist mehr, sage ich mir da manchmal. Aber Timo ist schon auch über die KI sehr gut gemacht und kommt in den westlichen Markt. Das ist so ein Titel aus Asien, der eben Schwung aufnimmt. Und Asien grundsätzlich hat natürlich das Risiko, Timern, aber ist natürlich auch sehr interessant. Techno-Trans ist auch so ein Titel, den ich sehr interessant finde. Ich werde mir gerade noch so spontan ein. Günstig bewertet, kommt aus der Druckerbranche. Wir haben mit dem Vorstand gesprochen und die machen eben eine besondere Wasserkühlung für mindestens schon ersten Großkunden, für große Datencenter aus Amerika, die große Player wie Microsoft ja massiv aufbauen. Also sprich, nicht nur Nvidia profitiert, sondern auch Techno-Trans. Und das sind so Geheimtipps, in Anführungsstrichen, die wir uns gerne angucken und die entsprechend auch weniger Risiko haben als schon hochgehypte KI-Titel. Kommen wir langsam zum Ende des Interviews, Florian, so ein bisschen zum Abschluss und auch Ausblick. Du hast es gerade angesprochen. Für den Gesamtmarkt gibt es erste Warnsignale. Und mir war das auch so ein bisschen aufgefallen. Die US-Märkte laufen gerade noch, aber sind vor allem auch wieder die eher größeren oder eben KI- und Chip-Titel, die den Markt treiben. Der DAX war etwas gesunken, der Nikkei gesunken, die Europa-Aktien. Vielleicht so einen kurzen Überblick über den Gesamtmarkt. Was erwartest du da? Genau, grundsätzlich, und wenn wir mal ganz lange in die Zukunft blicken, glaube ich, muss man immer in einer gewissen Art und Weise investiert sein. Die Zeit zeigt uns einfach, dass die Politik im Zweifel immer Geld druckt und sprich Aktien dann die Gewinner sind. Aber nur gute Aktien. Und was wir auch gesehen haben in den letzten 20 Jahren, dass natürlich die Aktienmärkte grundsätzlich gestiegen sind, aber es gab immer enorme Trends im grünen Bereich, Solar-Aktien, damals Internet-Bereich. Also sprich, selbst wenn das Internet sich durchsetzt oder Solar sich gerade massiv durchsetzt, es gibt immer so große Wellen. Das muss man wissen, dass Aktien sich dann eben mal für 10-Fragen, für 20-Fragen, aber dann gerne auch mal wie damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wahrscheinlich auch Amazon, der Gewinner, der jetzt auf dem neuen Hoch ist, Internet-Hype, damals auch tausende Prozent gestiegen, dann aber tatsächlich 95, 98 Prozent gefallen, als dann mal der Hype vorbei war. Und das, glaube ich, sollten sich jüngere Anleger ein bisschen vergegenwärtigen, dass an der Börse alles möglich ist, nach oben, aber auch mal nach unten. Und daher rate ich ja schon nicht dieses ewige und in jeder Marktphase durchhalten, sondern hoddeln, sagt man ja gerne, sondern auch mal tatsächlich mal ein paar Gewinne mitnehmen, weil es kann sich mal vieles ändern. Aber ich hoffe zum Beispiel, wenn du fragst nach Überraschungen im Markt, vielleicht kommt mal Frieden oder Entspannung an einer gewissen Front, vielleicht durch neue Präsidenten. Das wäre so das, was ich mir erhoffe, dass hier das Risiko noch ein bisschen rausgeht. Insofern technologisch ist mit der KI schon sehr spannend. Quantencomputer, glaube ich, ist das nächste Ding, was auch kommt in den nächsten Jahren. Aber natürlich bleiben die Risiken vorhanden. Daher ein paar Regeln, Einheiten, aber nach oben, glaube ich, langfristig schon sehr viel Spaß, auch mit Händen und Gere. Eine Nachfrage da noch, Florian. Du hattest zwischendurch mal gesagt, Gewinne laufen lassen. Und jetzt hast du einmal gesagt, dann auch mal Gewinne mitnehmen. Also wie grenzt du das voneinander ab? Meinst du Gewinne mitnehmen, wenn man sieht, der Makrotrend, also der gesamte Markttrend dreht jetzt? Und sozusagen, wenn die Gewinne laufen, dann laufen lassen. Oder wie grenzt du das voneinander ab? Genau, gute Frage. Also was, sage ich mal, relativ einfach in Anführungsstrichen ist, einzusteigen. Da haben wir auch ein System. Das ist schon sehr klar erkennbar. Es ist gar nicht so leicht erkennbar, wann soll man aufsteigen. Da gibt es keine Regel, die immer greift. Aber klar, man merkt es ja schon, wenn was unter hohem Volumen oder eine Top-Bildung macht, ein hohes Volumen nach unten rauscht. Also das ist dann schon klar, ob das eine normale Konzentrierung ist oder ob ein großer Trend bricht, dreht. Das sieht man im Chart. Oft gibt es da operative Gründe. Und dann ist es eben an der Zeit, mal ein paar Gewinne mitzunehmen, falls vorhanden. Und ein Trick ist dann auch oft, einfach mal die Hälfte rauszunehmen. Weil klar, keiner will an einem falschen Fuß erwischt werden, was übrigens oft passiert in der Börse. Wenn man so handelt, wie der Durchschnitt der Anleger, wie man einen falschen Fuß erwischt, man muss immer so ein bisschen abgrenzen, auch zeitlich. Aber klar, man merkt das dann hoffentlich schon. Und natürlich gibt es auch viel Verkaufsdingale. Dann kann man ja lieber mal wieder neu einsteigen. Aber ich bin natürlich auch schon ein bisschen zu lange am Markt, um nicht zu wissen, dass auch mal andere Phasen kommen können. Ich weiß, wir wurden jetzt alle immer positiv überrascht, was natürlich auch daran lag, am bekanntesten Gelddrucken und Inflation, die vielen wehtut natürlich uns allen nach dem Supermarkt. Also es ist nicht so, dass die Börsenphase immer so leicht ist wie jetzt. Langfristig wird uns sehr viel Spaß machen. Aber daran denken, es ist alles müde, ich war eine Börse. Florian, als allerletzte Frage, welchen Aspekt hatten wir jetzt in dem Interview noch nicht? Also wo sagst du, das ist mir jetzt wichtig oder das beschäftigt mich und das möchte ich jetzt noch loswerden? Genau, grundsätzlich glaube ich, würde ich schon nochmal sagen, also gern auf die eigene Meinung vertrauen auch. Weil klar, gerade die Jugendlichen, die erkennen natürlich noch viel besser als jetzt ich zum Beispiel. Beispiel, was sind gerade die Trends im Gaming-Bereich oder im Smartphone-Bereich. Also sprich, wenn so, es gibt ja manchmal offensichtliche große Trends, wie Apple damals, wie Nvidia. Da muss ich doch nicht warten, bis Analyst rechnet und dann zwei, drei Monate später in der Kaufempfehlung kommt. Also du hast auch mal auf den eigenen Verstand vertrauen und vor allem auch selbstständig denken. Also die Börse ist ja das sein, das Angebot-Nachfrage-Effekt. Wenn alle sich einig sind, die Aktie ist toll, dann sind alle investiert und morgen kauft keiner mehr. Das ist ja auch das Spezielle in der Börse. Sprich, einfach mal trauen, gegen den Markt zu handeln. Und nicht immer rumfragen, ist das jetzt eine gute Idee, eine Aktie zu kaufen. Und im Gegenteil, wenn man jeder sagt, ist es eine gute, ist es eher ein Warnzeichen für mich. Also man muss sich schon trauen, etwas früher oder anders als andere zu machen, um dann den großen Gewinn auch mal einzufallen. Super, Florian. Ganz herzlichen Dank dir für das Interview. Wäre sehr spannend, auch die Einblicke in die TFA-Formeln und in die Hotstocks. Vielen Dank. Wie gesagt, Hotstock-Report verlinken wir unten im Video. Danke dir, Florian Sellner. Heute passt es wieder an meine letzten Worte am Ende des Interviews. Bleibt investiert.